So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Gear Solid 4. Wir haben unten in der Kanalisation aufgehört, als wir unserem schönen Freund gefolgt sind, der uns zu Big Mama führt. Und natürlich haben wir keine Mühe gescheut hier, uns durch das kühle Nass zu kämpfen, ohne ihn jetzt weiterhin zu verfolgen. Aber da oben sind glaube ich noch ein oder zwei Leute. Ja, so, einmal. Da muss ja glaube ich noch irgendeiner sein. So, jetzt werden wir gleich mal hier noch den Heli ausschalten. So, indem wir einfach die Nikita-Rakete nehmen und zack, ganz einfach den Heli ausschalten. Und los, geht kaputt. Doink, hallo. Okay, jetzt aber. So, der Heli will jetzt irgendwie nicht kaputt gehen, aber, boah, okay, gut. Wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Wir warten jetzt, bis da der zweite zu dem Typen gelaufen ist. So, jetzt ist der Heli kaputt gegangen, wie man gehört hat. So, weiter hier schön an der Mauer entlang, damit auch ja unser Tarnindex ein bisschen oben bleibt. Denn der ist eh schon gerade so ziemlich unten. So, und er geht da vorne rechts. Na, wir passen uns an und haben wieder ein Tarnindex von 93. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ähm, die P90 wieder nehmen. Okay. Nein, lieber die M4, weil da oben sind, glaube ich, noch zwei. Oder sogar drei, vier, wie ich auf dem Radar gerade sehe. Okay, da rennt einer rüber. Okay. Dann nähern wir uns mal langsam. So, der erste kommt runter, wie es aussieht, um uns aufzuspüren. Er hat irgend so ein Laser-Visie gehabt. Coole Sache. Ähm, jo. All clear. Und so schnell kann man hier die Sache bereinigen. Und kein Schwein kommt uns auf die Spur. Muhahaha. So, weiter geht's hier im Takt. Wo sind jetzt die Keule hin, Mann? Verdammt nochmal. Digis, wo bist du denn? Wir laufen einfach mit über die Brücke. Ich weiß ja ungefähr noch, wo es lang geht. Da ist die Kreuzung. Dann da rechts müsste er jetzt dann gleich sein, wenn ich mich nicht täusche. So, da sind zwei Typen. M4 in Vorderung. Einmal zack. Ja, und du weißt gar nicht mal, was dir da vorne und hinten geschieht. So, und unser Fuzzi. Du müsstest jetzt auch hier irgendwo mal lang latschen. Hm, die Umgebung ist eigentlich, finde ich, ziemlich geil gemacht hier. So ein Europa erinnert mich so ein bisschen an London und an Berlin. Okay, eher an London, aber, wow. Irgendwie Berlin war es ja, wo hier Raiden, äh, seit Zeug da hergekriegt haben. Ah, stimmt, die Dialyse-Maschine und so. Okay. Los, wo bist du denn? Wo bist du denn? Bewegt dein Hinterteil, damit wir hier schnell zu Big Mama kommen. Ich möchte sie kennenlernen. Oh, Big Mama. Okay, mal schauen. Da nichts. Ja, wo steckst denn du wieder? Oh, meine Fresse. Es kommt davon, wenn man halt wieder zu schnell voran denkt. Und alles schon abklärt. Und dann kommt der Saftsack natürlich nicht hinterher. Ist wieder mal super. So. Hui, Vöglein Flieg. Ja, sie haben ihn gefunden. Jetzt müssen wir ihn auch hier irgendwo auf der Karte, ja, da, also in diesem Bereich müsste er sein. Okay, gut. So, kommst du jetzt mal hier irgendwann mal lang? Oder hast du doch eher keine Lust? Ich sehe ihn nicht und höre ihn nicht. Hm. Einfach mal beim LKW stehen bleiben. Ist er das jetzt? Ich sehe das jetzt. Ah, da ist er ja. So. Wir kriechen die einfach hinterher. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und der Boden ist eh nass, also tut es uns auch nicht weh, wenn wir dir da hinterher kraxeln, raxeln. Mann, Mann, Mann. So, jetzt gehen wir schnell um die Ecke. Und dann kommen wir nämlich auch hier um die LKW-Ecke. Ja, ich sehe dich noch. So. Jetzt endlich, 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 endlich. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben sie schon ausgeschaltet. Du kannst ohne Bedenken nur durchwandern. Ah, Mann. Ja. Ich schaue nicht so verwundert. Ist doch egal, ob die down sind oder nicht. Hauptsache, du wirst nicht erwischt, mein Freund. Jetzt halt wieder mal typisch. Typisch, typisch, typisch. So. Hat man ihm einen Gefallen getan und er wundert sich immer noch. Na ja. Oh. Die Grafik einfach herrlich. Herrlich, 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 herrlich. So. Und wir gucken mal schön da weiter. Und wir rollen uns jetzt hier runter und folgen ihm dann direkt per Anhalter. Zack, hier an die Wand. Okay, dann läuft er jetzt weiter nach vorne. Schön hinterm Auto verstecken. Na, die Autos sind ein bisschen klein geraten, aber sonst ist alles okay. So. Ja, jetzt rennt er natürlich wie so ein Kleinkind, das gleich abgestochen wird, aber ja. Komisch, komisch, komisch. So. Weiter geht's hier im Takt. So, er steht immer noch da vorne, wie angewurzelt. Okay, jetzt bewegt er sich wieder. So. Ähm, wie machen wir das am besten jetzt? Okay, ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Okay, einfach brachiale Gewalt. Lauf, lauf. Oh, oh, ich glaube ich hab ihn getroffen. Ne, doch nicht. So. Den Heli schnell runterholen und dann hier beiseite rollen, sich tarnen. Ha, schön aufs Radar gucken. Wow. Verzeiht, verzeiht, es ist schon spät. Ähm, ja, use extra caution, aber natürlich. Okay, wir sehen das auf dem Radar, da kommen jetzt ein paar. Aber das soll uns nicht weiter stören. Denn wir sind Snake. Und wir können das. Wir können das. Wir können das. Ey, Keule, bleibst du mal stehen? Das finde ich jetzt ungerecht. Ich tue dir hier den Weg freimachen und du rennst einfach weg. Das finde ich mal gar nicht cool. Minus-Kolleg. So. Hier an dem komischen Tor. Was, keine Ahnung, mich so ein bisschen ans Brandenburger Tor erinnert. Nur ein bisschen anders. Aber ja. Das sind halt so die ganzen Triumphbögen, die hier nachgebaut wurden. Von den Franzosen und den Römern und was auch immer. So. Komm. Put, 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 put. Na komm. Put, 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 put. Ich will, dass du da endlich weiterläufst. Äh. Okay, wir sind immer noch nicht weitergelaufen. Oh, Mann. Keule. Hast du irgendwie, äh, Vorfahren, die da an die Säule gehören? Oder warum bleibst du jetzt da stehen? Na komm, es ist keiner mehr da. Na endlich. Er bewegt sich. Er lebt also noch. Okay. Tadam, tadam, tadam. Ja, schnell hinterher, bevor wir wieder seine Spur verlieren. Okay, nicht zu schnell, weil er, ja, dazu geneigt ist, sehr oft anzuhalten und dann stundenlang stehen zu bleiben. Naja, naja. Hm. Du machst dich nur verdächtig mit diesen Bewegungen. So, jetzt endlich schnell hinterher. Snake, rennen. Alter Safthahn. Hm, der ist jetzt hier. Okay, in der Seitengasse. Hm. Was hat er vor? Was hat er vor? Geht er pullern? Oder was tut er jetzt da in der Seitengasse? Das gefällt mir jetzt mal gar nicht. Vielleicht vertickt er auch irgendwelche Sachen. Ich kann es euch nicht verraten. Aber ihr werdet es ja gleich selbst sehen. So. Wie er hört, zieht er sich irgendetwas an? Über? Aus? Ich weiß nicht. Oh, er pfeift wieder. Das gefällt mir. Tö, tö. Hm. Ach so. Ja. Er hat sich verkleidet als PMC. Um noch weniger aufzufallen. Sehr, sehr raffinierend. Aber, ob er damit durchkommt? Jo. Ach. So, Nummer 1. Oh my fuck. Ah, zu viel Aufmerksamkeit. So. Wie noch irgendwo einer? Na. Aber dahin ist das Ding. Genau. So. Euch werde ich gleich im Sperrfeuer ausschalten. Ja. Ihr wisst nicht von wo. Ne, 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 ne. So. Ach der. Ah. Der ist platt. Du auch. So, und du renn jetzt. Aber schnell, schnell. Lass mir hier keine Klagen kommen, hörst du. Ja. Weg gesäubert, aber da irgendwo rechts. Chillt noch irgendwo einer. Okay, da auch. Okay, jetzt auf der rechten Seite, wenn ich mir, ja, eben. Das ist unser Mann. So. Und der läuft jetzt irgendwie komischerweise zurück. Ich weiß nicht, was er vor hat. Irgendwie läuft der gerade einen komischen Scheiß zusammen. Hä? Hä? Okay, jetzt startet er nochmal neu von der Straße. Cooler Bug. Also, das war ein Fail jetzt. Naja. Wenn er halt nochmal von vorne laufen will, warum nicht? Warum nicht? Na komm. Na komm, da komm, da komm. Ja, geht doch. Wow. Ah, die zwei teilen sie jetzt auf. Was für ein Fehler. So, das ist unser Mann. So, den schalten wir als erstes aus, denke ich mal. So. Und den als zweites. Den als totes. Den als viertes. So. Unser Typ weiß wieder mal nicht wohin. Aber ja. Ist ja nicht so tragisch. Naja. Nein, nicht schon wieder. Ascending Reinforcements. What? Ja, du weißt gar nicht, dass ich hier bin. Oder. Höh. Ja. Ja, was ist denn passiert? So. Weißt auch nicht, was los ist. Ne? Ich höre Hunde. Ich höre Hunde. Es gefällt mir nicht. Ich höre Wauwows. Okay. Ich gehe an den Mülltonnen entlang. wir haben es doch schon getan so so und schon wieder in der seitengasse verschwunden irgendwie macht er jetzt angst hier der typ verschleppt auch sicherlich kleine kinder hier und dann lässt er sie wieder frei nein das war jetzt natürlich ein hirngespinst und so und du gehst mir nicht weiter vom sack dahinten und lässt uns mal hier in ruhe machen schnell nachladen die p90 geht schnell leer aber ja und du da vorne gehst mal weiter ja genau so gefällt mir gefällt mir gefällt mir ja super bis drei schritte gegangen und bleibt wieder stehen okay so ist gut immer schön laufen und wir kriegen uns hier den weg zum ziel so ja laufen weiter durch erkennt eh keiner in deiner pmc äh in deinem pmc outfit ne schön gekostplayt ok auf der rechten seite haben sie jetzt leichen entdeckt sollen wir jetzt alle aufschalten nein ich denke nicht oder doch ich komme ha 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 boom schakelager zum glück er hat uns im weg schnell weg hier so jetzt rennen run homie run so und gleich bisher eh wieder da deinen lauf von vorne starten oh mein so da kommt ein kleines wiegelchen komm 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 wo keine leute mit ruf bürttel so und du lauf jetzt weiter genau jahr hat es ja mehr in der um jose da schön läufst du da lang gefällt mir gefällt mir gefällt mir gefällt mir wenigstens bleibst du mal diesmal in bewegung so und komm schon okay wir tarnen ich höre nämlich an was da ja lauf 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 und wieder kriechen ja jetzt habt ihr die leichen entdeckt juckt mich jetzt recht wenig naja was nehme ich denn na so moment ist mal weg so töm 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 schön kriechen 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 ja ihr habt schon wieder einen entdeckt wir wissen sie wissen ihr seid eh alle hinter mir da unten unten mittig hinter mir dann ist es ja egal so, und du läufst schön weiter, das gefällt mir grad du tust grad einen ordentlichen Vorsprung ausbauen, du Saftsack hinterher, hinterher, hinterher so so, was machst du jetzt? so 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 jetzt mal schnell hier um die Ecke, mal schauen, was er da treibt und ich glaube, wir sind schon am Ziel und dann werde ich auch hier mal Schluss machen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge bis dann so 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 so